ich bin es mal wieder euer Rentner-Hilfe tut mir leid dass ich jetzt heute ein bisschen angeschlagen bin aber da mache ich nichts gegen das ist nun mal so tut mir wohl sehr leid aber ja das habe ich überhaupt gemeldet einfach Racken-Cent nice es klafft mir als ob du direkt online bist du skrr skrr du fängst mich ja komplett ab einfach so richtig lange weine hihihi wutner 0 was schleift bei dir hört man mich ist alles super nicht wohnern ich bin nicht eingespielt ich bin aufgestimmt und losgezackt das ist ein Rentnerleicht eh hab keine Schule mehr halt maum kam anke der hat noch gerade schubsgegeben kann bei dem heute gewinnen also ich druck mich aber nicht mehr ein alter so richtig so nope da kann ich mitspielen natürlich ist ein abo zocken aber nur wenn du abonnent bist ha 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 was hab ich denn dafür tut warum bin ich mag ich mich dran nicht das hier das hier ich brauche mir schaden machen Boah, was ist denn da los? Ich bin hier... Ich bin hier... So, jetzt hab ich nur meine... Du bist es bekommen, Alter. Denn dann nervt er ja auch wohl schon. Kann man kurz heilen gehen Ey! ÖÖÖÖÖ Aua, aua, aua! Das macht immens viel Schaden... Das mag Papi nicht. Kurz den Gegner geben, die nicht heilen! Das kennt ihn einer... Und nie, 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 nie Hey, komm! Verein mich, ich bin nur raus, oder? Nee, es reicht! Ich hab mir Winston... Ich hab mir Winston mehr Kids gemacht als alle anderen, mit Winston, Leute! Mit Winston! Warte mal... Ah, kurz nach! Oh, kennt ihr das, wenn ich voll habe, wenn ich laden wollen? Ich hasse es! Ich überprüfe noch mal die Gerechtigkeit. Hallo! Sieht nicht so aus. Hallo, du Pflaume! Hallo, du Pflaume! Ich hab nur Pflaume, hab ich gesagt. Okay, ich hab jetzt... Ich hab jetzt 25. Ich hab jetzt auch... Aber die haben nur... äh, die mäßigen Leute. So, der Melker. Ja. Ich bin doch nicht eingespielt, ich kann einfach nur Fett hören gerade. Sie zickte auch für die Fett hören, ne? Ich hab jetzt... Oh, nee! Die weg! 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 Oh, nee! Hätte mal! Du guckst mir nicht zu, oder? Was? Du guckst mir nicht zu, oder? Was? Ich hab jetzt endlich 50 Lootboxen und zu laufen. Ich hab jetzt endlich 50 Lootboxen und zu laufen. Ja, warum muss ich nicht offen? Das ist sehr dumm. Keine Ahnung. Ja, ich hab dann genommen. Du mal, ne? Komm her! Ja! Kannst du das wirklich nicht los? Äh, kann sein. Du musst mal das für die Party aktivieren, ne? Warte, ich... ...wirf dich jetzt. Ich bring dich wieder aus Vorderwand. Ich hab heute drüllt! Bis wieder wie neu! Sie kamelt euch um nichts! doch mal jetzt ich bin kein Baguette ich bin nur unter Gittel ich bin nur unter Gittel ne ernsthaft aber ich finde das andere Baguette ich mich nicht mehr halb ja ehrenlose ehrenloses Baguette siehst du hast es gesehen von ich hätte da noch mal ein Schitterzone hingehalten ne reporting hacken die hacken einfach alle einfach alles hacker alle report die sind besser als die sind hacker der Render hat mehr Erfahrung der ist besser das war die erste Runde das Renden ist aber trotzdem besser der Render die 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 Jetzt wurde ich bis heute gleich. Da. Viel mehr Leben. Viel mehr Leben. Viel, viel. Sollen sie doch mal machen, ne? Wenn der Rettner das sagt, dann ist das so. Oh, ich bin doch von 100. Hallo. Ich film's Born. Nein. Du hast du geschlappt. Ja. Ja. Freude und Optimismus. Ich stream übrigens nur zwei Stunden. Schmach. Ich hab nicht arbeiten heute müssen, aber muss ich doch nicht. Tschüss. Was hab ich getan? Du hast alles getan. 1. Was? In was? Was? In drogen? Hast du alles getan? Mach Trainings. Mach Trainings. Mach Trainings. Mach Trainings. Ja. Mach ausgewirkt. Mach ausgewirkt was zu spät. Ich mach nicht. Ich mach nicht. Sache. Ich bin Sommerer Profi. Kann wir zu zweitens. Ich weiß. Was? Ich weiß. Ich mach mal zu sechs im Trainingsbereich. Nein. Und ist niemand. Fuck. Ich wollte die verarschen. Das war so. Brauchig gewesen. Oder? Oder? Wir lernen nur noch ein Essen, drin. Ich hab mir mal aufrollen. Ich hab mir mal ein Gengis. Ich hab mir mal richtig. Wir können übrigens Ranked spielen. Ja, ich hab auf meinen Hauptaccount mit Leuten, die alle Bronze eingespielt, also eingelevelt waren, hab ich halt im Ranking gespielt, also war immer so meine Freundin da, hab ich mir so, yo, und es macht Spaß, einfach nur die ganze Zeit Healer, damit ich auch Healer in Bronze bin, damit ich sagen kann, yo, ich kann ja keinen Healer spielen, dann muss ich das nicht mehr, ne? Und dann einfach nur so Gold, so dümm. So richtig, oh. Wir brauchen Heilung. Wir brauchen starken Heilung. Nein! Doch, brauchen wir holen. Ja, ich spiel nur Ranked. Wir brauchen Heilung. Wir brauchen nur die Schuss. Nein. Keine Schüsse. Komplettes Spam-Movie. Heilung! Heilung! Das kann ich kaum beherrschen. Wir brauchen keine Hand. Hier kannst du keine Angst einjagen. Disco-Party, wir tanzen die Käse. Das fühlt sich gut an. 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 Super. Gut. På heilung. Das wird hier nicht wieder sein. Das war doch nicht so. Ich hab grad zu sterben. Ich hab grad nie vergessen. Gebrauch Heilung? Mich schaff' un'sbeutheilung. Ja, aber da kann ich nicht messen, der will. Was? hätte dann merkt mir doch ich weiß egal mini war es besser ja ok, Baby Demon Challenge oder DPS Nein, die Frau Heilung! Die hier Nein! Das ist überhaupt 2.0 Nein! Frau Heilung! FZ war richtig Da haben wir es irgendwie voll gut Kann ich ein? Nein Frau Heilung Wir können dann auch abfuckern Doch Ich mache jetzt einen super Job Weil ich das beste aus dem Spiel bin Du darfst dann, ne? Du darfst dann, ne? Nein Hinter uns Hinter uns Hinter uns Und uns ist er Z-1000 zu greif Was machen die da alles? Keine Ahnung Geh weg! Komm her! Ja Wir ärgern die Wollt ihr eine Gruppe sehen Oh! Esch Ich boll schmetten! Aaaaah! Einfach rein gehen! Frau Heilung! Ich kämpfe halt gegen den Würde, aber ich hab mich Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Okay! Frau Heilung! Meine Ergegnung! Boah! Hanzo! Dies hab ich Heilung! Was willst du machen? Schieß! Schieß auf ihn! Hä? Wo ist er? Keine Ahnung! Zeug ihn raus! Hör den Punkt! Trenn auch so gut! Wir haben von unseren Berkschen gesaved! Hinter uns! Hinter uns! Hanzo! Ich glaub irgendwie auch viel zu weit Hanzo! Oh! Bist du Mercy? Hanzo! 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 Komm her Mercy! Schau mal! Ich kann hacken! Ich hab Fly Hacks! Ich hab Dance-Hacks. Fuck. Das bringen die Dance-Hacks auch nicht. Das bringen die Dance-Hacks auch nicht. Fuck. Oh. Wo ist der? Vielleicht kann ich schon dance-hacken. Jawohl. Intelligente T-Mate. So, auf die Sombra. Auf die Sombra. Auf die Sombra. Okay. Also das brauche ich schreibe. Copy Gold-Heilung. Ich hab 13 Schaden überstärkt. Okay, warte. Warte, nächste Runde. Du brauch Heilert, man! Und ich geh nach hier. Und dann machen wir so Ulti. Boah, heilung! Warte ich, heil dich! Ich bin so richtig hinlos. T duh- Warte auf das Torrid, wir! Ready to U- können wir jetzt diese akku war auf mich war ich geschützt du hast mich nicht du es Ja, wo ist das? Ja, wo ist das? Ja, so ein Hacker war's. Ich krieg dich gleich wieder raus. Junge, jetzt stirb du dummer Björn. Du dummer Björn. Björn! Fanny Björn, ready to work. Was ist zu Benji? Nein, der hat geschlagen. Ich hab doch nicht geblendet. Ich freu. Ich blege der, wie war man geht. Jetzt ist auch gar nicht geblendet. Ach, das ist nicht. Ich bin nicht geblendet. Jeff. 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 Ich bin geschäftigt gegen Winston. 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 Ich bin geschäftigt. Jetzt ist echt schade. Jetzt ist echt viel schade. Ich glaub die Tracer hat sogar in die Feldtreiung geschossen. Und er in die Feldtreiung auch geht. Geil. Heilig! Hehehe, ich geh so an der Leiche, fünfster Tracer vorbei. Ne. Ach du, Maul. Du hast das Highlight. Weil du mich gewesterst. Du hast das Highlight. Ja, ich mein Krieg ist echt so Highlight dann. Und dann liefst du eh wie jeder. Wie, 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 wie bin ich da runtergegangen? Ich weiß es nicht. Der Wolf hat, der Wolf hat, der Wolf hat in den Kirch bekommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es, aber weil du da bist. Oh, ich glaub, dass der Wolf aktiviert ganz bisschen, oder? Ich glaub, dass der Wolf aktiviert ganz bisschen, oder? Ja. Kann noch sein? Ja, hart geil. Scheiß drauf. Da oben. Warte, warte, bleib schnell, bleib schnell. Nein. Die muss super Jump bei dir. Warte, die kommt. Warte alleine. Warte alleine. Warte alleine. Du schaust leider nur mal der Kehl. Ich mach dir einfach alles laut und dann komm zu. naja. Vorteilung! Echtzony! Wenn du es willst. Ich sag das ehe oder? Ja, erigo will das. Gibt's jeden ehrer Samuraiwatt. Gibt's wieder Gy Waters auf. kid ihr bis Aber ich wurde vergiftig. Als ob du so. Seit diesem, keine Ahnung wie sie, sieht. früher besser, brauchen warte. Vor Heilung! Schnapp da ne übe Züge nur. Warum sind hier 3 Leute gegen einen Deaver? Hab einen! Ich bin tot. Wart nicht! Ja ok! Was find ich los? Aaaaah! Ich kam nicht weg! Ich kam nicht weg, ich tu vielleicht! Halte mach jetzt Abbrachkill! Geil Hanso! War gut gemacht! Ich mein du hast ja sowieso heilen, wenn du mich wiederbelebt hast. Also... Nein, du spielst! Here is never done! Ja, was machst du? Und Silberkills! Und Silberdamage! Ich muss schon traurig, ne? Ich muss nachdenken! I read it mercy! I read it lucius! Nein! Ich wurde gehofft und dann bin ich direkt gestorben durch den Hook! Aber haben wir das jetzt in die Sonnenbrauch? Nein! Piste Merci! So! Bei den Fakten bis zum Junkie! 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 Der ist gestirbt geworden! Wir haben beide nur Fisten! Ja! Aber das ist ein bisschen viel Defensivmatik! Oh mein Gott! Schmeiß nicht auf! Ich hab jetzt trotzdem Gold-Heiler aufgetaucht! Obwohl wir eine Router haben! Jetzt werden die geheilt! Der ist schon warm! Nein! Wo ist das los? Ich kann einfach mal rumschießen mit meiner Rufi. Ey, ich überlebe gerade so lange, ne? Nein, jetzt bin ich durch die Panzer gestorben! Wenn ich mich wieder gelöst, dann bekommen wir von dem Kopf noch Highlight! Ich bin einfach alles Gold aus der Heilung! Ich hab einfach Gold-Heilung! Und ein Rest Silber! Also, ich muss schon sagen, ich war schon echt aktiv! Ich auch! So, das Ding, ich kann da eigentlich gar nicht mal DIVA spielen, obwohl ich jetzt gerade richtig gut DIVA gespielt hab! Ja, ich kann gut Mercy! Ich bin dafür, ich spiel wieder DIVA und du spielst Mercy! Ich muss noch was trinken, ich bin erkältet! Mach kurz zurück! Oh! Jetzt! Bitte! Nein! Nee! Einfach nee! Auf den Maul! Menschen Gruppe verlassen, bist du sicher? Ja! Das war so klasse! Ach, das wärst du! Ja! Ich hab das gar nicht gesehen! Ich hab nur Headshots dran gedrückt! Ich hab mir nicht mal einen Schaden gemacht! Hab mir jetzt noch gelassen! Ich hab nur gesehen, wie irgendwas auf links geflogen wird! Ähnlich! Und ach, was du brauchst, geht mir! Warte, ich will, ich will das gut gemacht! Ach, das! Siga! Kann das sein, wer du bist! Ich bin jetzt extra hier auf die Trailer gegangen! Und dann bin ich doch mal mit der Tree! Ich bin auf dem Router gespielt! Aber ich bin jetzt hier auf dem Router gegangen! Ja, da sind alle auf dem Router gegangen! Wir sollten sich dann rausfischen, wir bist du jetzt! Bist du jetzt! Beide! Ich schieße doch dreimal ins Gesicht rüber! Ich schieße doch dreimal ins Gesicht rüber! Ich schieße doch weg! Ich schieße doch weg! Okay, wir müssen die ganze Zeit die Map spielen! Aber die Map ist echt geil! Ich bin dabei einfach nicht heilen! Ne! Ich brauche auch Heilung! Ist mir egal! Ja, es reicht! Plasit support! Also auf dem Maul! Geh weg! Niemand kann euch leiden! So ein HP erstmal! Damage-Burstig! Pirrrrrat! 2-8! Ich hatte was, ab! Ah, ja, öfters ist gestern! 30 Geburtstag! Also, es ist ja zu! All die Abonnieren bitte! Das hat niemand gehört! Nein! Ich bitte abonnieren! Nein! Ähm! Herzlichen Glückwunsch! So ein Orwatch Tag! Sein Lebensjahr? 13? 14? 13? 12? 13? 11? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Oh, du bist zwei geworden? Ja, das ist geistig Achso, ja, das will ich schon lange Da bin ich gerade gar nicht rausgekommen Was ist denn rausgekommen? Gestern, wenn ich gestern gesündet habe Gestern der Freizeit Wow, wenn du nicht in der Reihe hast als jeder Stand braucht es war, es war mit einem Fall der 13 Geburtsdach ist auch nicht in Traurig brass Trotz spät Laubel einer Kreide der Kopf ist etwasartiges Wenn du ganz klein steinkommst, aber so ein Riesenmärkten Ich bin auffällig Nio Hallo Reidie Wormann die Mäufe noch S.M.D. Aua, Dieter kommt nicht aufgeladen wenn ich ihn ein bisschen schmerzhaft oder so, nö Eila Ja, Digga, du gehst doch durch 3er-P-Gesel, wenn du kaum sagst Eila Lackt dich, das ist Lobby Noch hochgucken dann immer SHOTGUN Oh Hallo, der Gengie ist doch gerade gestreckt FUNK HAH, LUL HAH, SPRINGTIAL MECH COMPENING Ja, ich hab wieder das Hi-Peck geloppt Hauptmission Hi-Peck wegnehmen Du musst noch die Sache auf eine De Ich hab die Bombe da gekossen von ihr Ist zu döschen Nein, der Luft gewählt Hilf mir Lugfleisch Wo bist du? Lugfleisch Lugfleisch haben wir bei mir angezeigt dass jemand fünf Nachrichten und keine Schreiben mehr von vier auf fünf Nachrichten, der steht keine Nachrichten leistet Hallo, wie auch immer da ist kann ich nicht leiden brauchen Sie sofort brauchen Sie sofort ja, hast du die kann auch heilen wir haben und wir bekommen eine Nachricht, tut mir so leid wir sind ich schiebe sieben Nachrichten und es kommt immer mehr von den Nachrichten an vielleicht egal, es ist, nö, nö, bei mir kommen wir einfach keine Nachricht warte, schauen wir noch mal hier Ah, jetzt! Hallo, guten Morgen! Hä? Habe gerade geschrieben, habe geschrieben. Lululululul. Achso. Achso. Ich komme den Nachrichten wieder an. Hallo, Alexius. Oh, vielleicht der echte. Brrrrrr. Hehehe. Mäh! Gewitsch! Nein, das ist mein Zielpunkt. Good morning in the evening. Good morning. Good morning in the evening. Dann ist es einfach 9 Uhr, Alter. Haha! Haha, die Rollbissi! Auf dem Maul. Komm, es geht echt raus. Stimmt. Brauch rein, Alex! Schatz auf! Gold Support, äh, oder so. Charge Boost. Ey, komm, aber das ist wieder mein Glück, Alter. Mein Glück ist für dieses Jahr aufgebraucht. Auch wenn ich letztens beim Gewicht bin gewonnen habe, aber mein Glück ist aufgebraucht. Ich hab's gebraucht. Ich hab's gebraucht. Wie schüttelt Teddy fett zu warm sein? Bis hier? Bis hier. Bis hier? Bis hier? Bis hier? Bis hier? Bis hier? ist das bitte da wo ich die uti gefressen haben aktiv dabei ja 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 normalen box bekommt ja ich habe einen 50 lukos bekommen ich komme doch an mama dafür 50 lukos willkommen in meinen dojo ja gut ich bin dafür gemacht noch mal nein was hast du genommen sofort so ganz schnell weg sind bitte bitte ja nur für dich mein liebes schätzchen ok ich bin jetzt sagt Sato ja die Hälfte Röntgen wie lieb die Wartung hallo hallo wer bekommt von einem Neufels Ortschalker der Leiter oder und abonniert auch mein Kanal denn eben ist der Kuhle als Rentner das kenne ich zu gut soziale community verpiss dich niemand mag ich bin dafür neben den skimmel sieht besser aus ich hab eh nur dr ziegler ich hab den klassischen stich mal neuer skin white neuer skin missing now so wird nur wie die Zeit zwei Papier bis werden wir auch mit dem Rücken Nein, ich sag's nicht, ich will sie nicht aus der Tür loslassen. Hallo? 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 Ich hör dich nicht. Bist inaktiv? Ja, ich hab das Spiel gekillt. Bist inaktiv? Und in die Bauten weg. Oh. Oh, eigentlich das ist geil. Genji! So, hier sind TAP und 2. PS3. Wenn du überlebst, ist es nicht heiler. Das ist sehr nett. Und die Brücke hat mich gehalten. Nein, nicht! Das ist jetzt komm. Dann. Dann. Dann gibt es meine doppelte Hände von... Ich hab keine Tröten gehalten. Nach gerade wird es jetzt schon irgendwie als sie dann malen. Haha. Was willst du, alter du fetten Klümpchen alter? Hallo, alle! die fleischbrotten fleischbrotten hier ist ja auch darfst du essen darf man auch Darf er das? Darf er das? Ja, er darf das. Kann man eigentlich die Ulti auch über ein Dach schicken? Kann man das mal aufprobieren? Wenn das wirklich schware Wand ist, dann... Funktioniert! Nur für die beiden Gegnern! Ich bin also als Merch den ganzen Tag bei den Gegnern. Ich bin so der dritte DPS. Das haben wir gleich. Dankeschön! Komm, ich bleib an bei dir. So, mach dir noch ein schönes Tattoo oben drauf. Fünf! Ich bin einfach nicht zu bewegen. Oh! Halt sein Mulden rein! Jetzt tut ihm noch Anti-Ling drauf. Nee, tut's nicht. Ja, danke. Danke! Mein ultimativer Angriff ist bereit! Sieh, du hast es unterwegt! Komm, ich schieb dir den mal durch den Eier da durch! Bitte! Ich höre dich nicht mehr! Weil, ich höre dich nicht mehr auf! Halt! Musch die Fracht! 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 Verkauf ich keine Hex! LOL! Wir wissen die Fracht! Hallo, alles! Musch die Fracht! ja ja ich muss nach der Runde wahrscheinlich ne doch und ich bin bereit verbiete ich dir alter jungen Baptisten erbt doch nicht so nur wütend mächtig und wer wird er von hansu gekriegt ja 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 ich Oh, ich dachte, da können sie noch mehr so umheben. Oh, Leute, 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 Leute. Das Ding ist, ich kann nicht mal alle meine Gegner sehen, weil ich habe bei mir an der Playstation habe ich bei meinem Bildschirm das Problem, dass mein Bildschirm so ein bisschen doofe Einstellung hat, sodass ich nicht mal alle ganz links bzw. ganz rechts sehen kann. Oh, shit, wo habe ich mich erschrocken? Geil! Ich habe mich gerade mit den Führungen gestritten. Ich brauche den Schnee. Bruder, ich habe die doch... Nee. Ich verarschend, geht doch. Hä, Junge, das war voll der Headshot. Nee, das gehört nicht. Jetzt kriege ich die Zeit für ein bisschen Schneegestöber. Zeit für ein bisschen Schneegestöber. Ja. Ja, schon echt krass für mich im Phyroge. Zeit für ein bisschen Schneegestöber. muss meine 3-fache Geschwindigkeit geil Ja, ich bin easy-führend. Dann sind wir nicht. Nein! Oh, jetzt hier war Ulti. Aber übrigens mit den R3 habe ich mich letztes Mal vertan. Man kann die nicht aus dem Sohn sehen wegnehmen, sondern man muss die Kugel dann fangen. Ja! Auch wenn er mich noch gekippt hat, aber... Easy! Oh, das merkt mich so hart, als ich nie bin. Warum bin ich nicht? Ein Kill. Ja, das war ich, ja. Hab ich nicht gewusst, was ich gemacht habe. Nö, tschüss. Niemand mag dich! Niemand mag dich! Ich möchte gerne 3 über das 3 spielen. Wenn das geht würde. Oh, sexy, wie viele Leute es hier gibt. Was hab ich denn gefehlt hat? 3? Ja, ja. Wann ist der? Nee. Arcade? Oh, nee! Das wollte ich nicht! So! Hä? Äh, Bruder! Filtern! Maximal Anerkennungsstufe! Räupte! Erwünscht! Nein! Der ist doch scheiße, ja, Alter! Okay, weg! So! Ah! Das würde ich euch jetzt nochmal zeigen, und zwar ein Trainingsbereich! und zwar hier diesen trick da noch sein zu kommen man kann auch da unten irgendwo schön aber ich weiß nicht mehr wie man da drücken kommt da kann man nicht auch hin bleiben aber ich bekomme es aber gar nicht hin also da jetzt wo ich zum Ende hin gelandet bin geil ich liebe mein Team mit einer wieder kann man ja noch spielen also dann noch so jemand dann gehst du bis jetzt tot 3 2 1 0 geschützt ich heile dich Genji ich heile dich das ist ja mal schirra bar Torbjörn visualisiert oder Karriere 1 sind privat oder geil oh schon sexy ich bin ein heiler war war hier komm Null dich? Kinder machen das Springer an Oh. Ich wollte auch nur nach euch gehen. Na du siehst noch nicht tot. Ich hab 2 AP. Oh, 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 renn! Komm nicht nach mir hin, Fax. Ja! 1 zu 2. Also irgendwie funktioniert unser Team noch nicht so. Also... Irgendwie ähnlich so, ne, Leute, also... Nee. Ich bin noch ne... Spider-Man CD oder so, wie auch mal. Oh, wuner, nein, 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 heila, 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 picken! Oh, ich bin Meurer, das geht doch noch. Oh, das geht doch nicht. Ich muss hier jetzt einfach mehr lutschen. Ich hab gar keine Lust drauf eigentlich. So, Worte wurde runtergekippt. Hier. Nein, nein, nein. Ja, das stellt sich noch als ein kleines Problem dar, glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Nein! Komm mal, die Kugel, du tötet sie! Äh... Sollen wir jetzt warten? Äh... Sollen wir jetzt warten? Äh... Sollen wir jetzt 15 Minuten warten? Dann gibt's trotzdem auch noch nen Trick. Ich steh'n Trick, den ich euch schon gezeigt hab. Macht überhaupt keinen Sinn, aber... Das geht einfach. Und wenn man sieht, ich stehe einfach in der Luft. Nach unten schieß' einfach alles mögliche. Jetzt ist so dumm. Hm. Das ist schon lange, wie es hier über 10 Minuten steht. Wollen wir mal, jetzt... Echt, ich hab das ausprobiert. Wir haben hier jetzt gerade Zeit. Leute. Ich glaube, ihr weiß, worauf ich hinaus will. Seid'n wieder da hinkommen, aber mit so Metra einfach. Ich glaube, da einen Teleporter darf man da nicht hinsetzen. äh geht das wenn man runter wir haben noch einen neuen spot gefunden okay ich bin wieder in luft ja sehr lustig können wir noch dahin setzen kommen wir machen wir mal einen meter wenn wir stehen ok geht das ist die mühse gerade richtig also ich finde es feierlich zu tun darf man das ich versuche gerade hin war jetzt wieder gerecht wurde ich dachte wäre wegen der starke so fest wäre auch lustig worden so dass man sich so gar nicht so dann den ja genau da so festhaken kann den teleporter oder ein mann dagegen läuft da irgendwo nehmen nicht akzeptiert also ich bin zweierlich dass man sich überall hier so rumglitschen kann einfach wo wir nach hinten kommt ich glitsche ich glaube ich hab darauf ihr glaubt ihr habt überhaupt keinen bock will dass ich das ganze halb mache lucio allweiden und ja natürlich geht es mit lucio auch mit lucio wäre cool sein also also ich müsste das mit somit tracer auch gehen okay wir müssen wir müssen ja jetzt ja nur da hochkommt und sich nur da hochkommt damit wir uns da ja festhalten können vielleicht geht das auf der lampe also geht das ja durch eine teleportation hier können wir auch hier hoch ne ne leute nein ich hätte einfach nur ein mehr machen müssen dann sollte nein aber ich habe gar nicht 2 da hinten stimmt okay siehst du einfach überdenkt also wirklich nicht ich werde jetzt hochkommen ja warum bist du mich? warum bist du mich? warum bist du mich? es ist ein kopf. wir müssen uns da hochkommt wenn du kommst vielleicht nicht da ich will nicht mehr die da stehen wie wir jetzt da hochkommen die frage das glaubt ihr wenn wir in der umstehenden dann vielleicht nach dahin schaffen man darf nicht aufgeben warum hat das jetzt nicht funktioniert leute wir müssen jetzt so viel mühe gegeben mit sommer kann man natürlich auch hingehen mit du kann ich mit dem web da auch hingehen man das nörf ich jetzt machen sie sich bereit zu anhören ich wollte doch nur ich wollte doch nur einmal cool sein ich bin komm ich versuch jetzt mal komm uns wird jeder hassen uns wird jeder hassen nö ja hallo 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 Nee, wir wollen aber... der ist. Wir brauchen zwar einen Shit-Check normalerweise, aber Scheiß-Kampf drauf. Und der Säger ist noch ein Jaaa, ein Super-Arme. Und dann hat der sich was ich machen wollte? Nee. Okay, ich glaub, das funktioniert nicht. Aber dann, Genji! Nach Hause, Alter. Ach, come on! Ja, und der hat mich nicht gehalten. Noch schlechter geht's nicht. Kann man noch sehen, obwohl ich nichts mache? Interessant. Genau. Wir machen das jetzt. Och, Bruder, ey. Hey, wer hat's? Hallo, ey. Äh, ich mein' Internet-Mesyl. Nein, nein! Nein! ich mache nichts ich mache wirklich nichts kann ich mich eskortieren das funktioniert irgendwie nicht so ich dachte so yo seitdem sehe ich hier sowieso vorne und hab mich heute so nehmt so nehmt mann und Mathe war faker nicht noch wir haben immer noch gold ja jetzt müssen wir uns nochmal locker mich einholen mit seinem boot zu attacken hier und wenn er das geschafft ist er schon echt nicht ja was das ist die 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 Das war ja gar kein Weeper. Ui, zu mir nicht. Ich bin ein Blick mal. Ein Blick mal. Ich bin ein Blick mal. Ich bin ein Blick mal. hier aber scheiß drauf warum nicht mehr muss nachladen was finde ich nicht bei so einem weil ich immer so ein kämpfen ich muss nachladen oh hallo ok da sexy ich war nicht mal im brenn wohnen gg nitro es wird schon einfach gemacht und können wenn das wäre es auf die umgegangen und wahlkommend noch macht ihr es dann noch nicht aktiviert die europäische noch mal das waren die außenwahrer nein oder unterstützer das machen wir weg wie ihr wisst, ich würde ja momentan... also ich versuche momentan genetzeigen versuche es es wäre schön wenn so lange das hat... pickbereit wäre naja ich kann mich nicht verstreichen boah, das hat ja richtig Schrot in den Pfiffen bekommen, alter hallo hallo du kannst wenigstens sofort im Gegensatz zu der Hand... da habe ich aber auch wirklich so Probleme, dass er das manchmal nicht machen will der spielst du dagegen hältst X und er steht da und dann so ja, mach doch ich habe gerade keinen Bock wir haben bisschen Tee trinken hallo 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 ne, das habe ich mir so momentan angebildet kann man machen kann man machen super hallo 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 Tee hallo oh hallo hallo ich hab da nur eine zersaison gegriffen da ist ja ich werde gerade von 2 fokussiert ein bisschen ungerecht wenn man so antriegern darf ich stehe gerade erst auf die straße der mag mich aber nicht cool ist an deswegen ist der wisch den haken nach links und guckt dann nach rechts in der hakenflüge nach rechts das werft mich gerade der schönen länder dankeschön das für die warte was ein techniker hinbekommen muss leider machen und wo er immer noch um wo ist ja nicht weil sie nur kühlen bocht Ich kann mir den Arsch lecken. Nee. Komm ich ganz hier her in der Küche. Oh, Wolfgang, ich wollte mich da ran. Wenn ich predikte, dass ich da herkomme. Ich komm doch auf, ich bin gleich wieder rumgestopft. Rumgepunch, rumgestopft, mehr nicht. Mehr nicht, Alter. Mehr nicht, Alter. Nee. Ich bin reich für Ferien. Und für das neue Jahr. Das neue Jahr bringt mir Spaß und Glück. Und vielleicht ein bisschen Geld. Ja, auch so schön. Weg. WENN! Warum bist du immer da, wenn ich... Oh. Man kann nicht landen. Höh? Halt. Ich wollte das. Ja? Um das mal so klarzustellen. Das wollte ich auch, dass niemand getaubt wird. Ich wollte einfach mich... Ein bisschen so aufhalten. Weg, Alter. Ich liebe mich. nochmal zu. Ich liebe mich! Das wollte ich nicht! Ja, ein Kind. Das muss ich hier. Oh nein, hier bin ich. Hier bin ich immer gar nicht. Leg mal! Komm! Moin! Servus! Servus! Ich möchte nur, oder hinlegen... Vertraut das, äh, sind wir, glaub ich, der einzigste Charakter, der sich hinsetzt und in der Spielzeit steilen. Das fahrt ich um, aufgepreist... Komm her! Kleine Spargeltante Ah, Entschuldigung Und meine Behele ist voll Meine Behele ist tot Und nein Das ist einfach zu viel rumgeschubst Was soll das? Ich bin einmal gestorben und hab Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin bereit Hallo Hallo Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin bereit Ich bin bereit und genau so haben wir gut um auf der PlayStation weiter auf der PlayStation auch auf der Spiel auf dem Schlüssel genau durch ja möchte ich so trocken zukunft und fettig aber mitbringen ein konto um die trick aber die weg von meiner müssen oder land wird man schon geplägt aufgrund des kurses ich habe keine ahnung wenn zog ihr sagt aber jetzt dürfte es machen dann die blöder server einschalten damit man das internet damit wir dafür machen kann ja komm da kam ich lieber auf den punkt frei was du mir nicht verstanden hast okay gut hier auf diese mehr kommen wir können auch wieder spielen oder 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 seit wann spielst du diesen tue ich erst seit drei monaten und mein haupt account tue ich seit zwei oder ein jahr spielen auf den haupt account habe ich auch nie Ranking gespielt deswegen wird er die haben wir da einmalen mädchen bei mir schon alles zusammen nur ich hab noch nie da nur wirklich also ich hab erst wenn ich traue angefangen ganz seltener ab und zu der Ranking zu spielen und deswegen bin ich auch nur die ganze in der Gold-Ego und dann wenn ich dann halt eben ganz kurz einfach mal wenn ich dann halt eben dann mal auf der haupt account also eigentlich auf der Ranking begeben kann ich zwar nicht so gut das ist im übrigen auch noch damit stark da bin ich halt auch so gold angewendet das haben wir auch schon zu passen gemacht und wir haben dann halt eben heile zum beispiel haben die mich auch aus Diamantstadt-Party und was auch nicht aber ähm was sind das was sind deine Mains? mhm ich bin ein bisschen erkennbar und dann äh ich spiel auch nicht alles also ich musste einfach nur ein bisschen mehr aktiv spielen wie die war spiel ich seit heute wieder mehr aktiv dann kann ich jetzt wieder voll gut und ähm und ähm ach ja hui als ob man die nicht dann und einfach töten schmecken kann ist ja nötig ich bin weg alter ne das ist aber nicht zu lang also wirken ziemlich jetzt nicht mehr vor ja warte fach die war fliege ich denn ey warte mal was ok da kommt also hauptsächlich meine menschen so denn sie haben sich momentan auch sehr stark und wenn ich auch sehr stark sind tracer und das richtiger hat sich das Programmiert und das stimmt aber noch mal eine Dinger an den Begriff der Karriere überhaupt mit meinem Spielball in den Ballen Kürbensky die nicht getan wird sie hat mich nicht die Falle von Meierdorf so so einfach so ganz so... äh... so... also... ich hab dann hab ich nicht gesehen, oder? komm soll ich jetzt mal 1 Ult nur für ihn? oh, ist noch ein Haus da zack! alles gereicht abba-gast weg dann schillt Bail, Alter äh... seit wann macht die YouTube? seit 2, 3 Monaten? ja nicht lang, warum? ich spiele auch nur über PC und auch nicht... also... aber auch nicht über... ich spiele nur über Playstation und nicht über PC ich komm vielleicht bald im Winter an PC das war nicht so ein starken aber haupteig schon da rein, ne? wenn ich jetzt auf die U-U-T egal, ähm... und da wird auf jeden Fall mein Spiel noch besser werden, weil dann werde ich noch ein Spiel-Deck anschließen, alles mögliche... im Winter schon auch also die USB-Mikrofon ist logisch, ne? beim PC ja... wunderbar die und dann die dann die die viele in die das heißt nicht das wird so ist schon so viele aber es kann ich nicht weil es gibt und nicht wie gut alt So, ne? Ganz sicher nicht. So bekommst du ganz sicher nicht den Zielpump. Nein! Ich hatte fast meine Ulti! Ich... What the? Nee! Ich bin ganze... Warte! Komm! Komm, 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 komm! Ich bin ganze... Jetzt müssen wir eh erst warten, dass da rechts oben die E-Mail kommt. Ich bin ganze 14 Jahre alt! Wie geht's in der Schule? Ja, schlecht, ne? Lehrer mögen mich nicht. Nee. Das passt eigentlich wohl schon in der Schule, also... Das ist jetzt noch ein Problem so los. Ja, bisschen Tee wieder trinken, dann wird man auch jemand gesund. Fast nicht. Jo, bis du hast du Krebs, bisschen Tee trinken, dann wird man wieder gesund. Ja, da hast du ja nicht gut gehört. Hast du ja nicht gut gehört doch? Acht ist dabei! Unnötig geheilt. Hä? Bist du auf Deutschland? Rein raffig Deutsch. antwortet sich deine frage ja ich bin wie gesagt ich bin österreicher grüßige ich kann es ist aber schon ein bisschen österreich ist aber keiner zent also kaum bis gar nicht ich mag den trotzdem wir haben die ralle gehen mit ihr ich habe mit ihnen die rammelgänge erfunden ach schau auf jeden fall noch mal bei den händen joker vorbei weil das stimmt natürlich auch gern bei mir der händen joker ist war also ja gibt es viele joker ich weiß das ist schrecklich aber guck mal ob du ein mitten youtube-banner sind es also muss nach nur accounts filtern ich meine auf der dritten seite bist du den oder auf der zweiten kann ich mal kurz nachgucken ich will kurz nachgucken den joker muss hätten nach kanalen zack also auf der ersten seite ach ja ein bruder hier gibt es ja nicht mehr seiten ja da soll das lustig werden du musst auf jeden fall nur so ein gutes youtube zeichen dann ist er das zu hauptsächlich deutsch stelle der russmann nicht herrkomm probierte die konnte ich egal können wir versuchen den link zu gehen für den zu schicken um hier wartet man ich schickte ihn kurz eben kurz mal den link da rein und musste die kopieren oder aufdrücken ich weiß nicht das da ist er drin ja wohl nicht so 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 Oh Bruder Oh, komm hier Hallo Oh, ich hab Bruder, Alter Oh, komm Äh, äh, ich komm nur auf deinem Kanal rein, auf mein Tag Null Hey, also ich hab da eigentlich ein Video von, ähm, von meinen Videokollegen geschickt, aber, muss ich nochmal nachgucken In Ruhe Ah Tritt schon wie unser Heiler, also wer einer gut heilen kann Oh, ja, wie nicht Du bist du jetzt grad etwa Ecke kräftet, obwohl sie tot war Irgendwann Oh, komm, man so schnell in derνη Zooweg ab Wie eine Ulti Aber komm mit unnütlich, aber Kann man ja mal machen, ne Das, die Re takim rein, Alter Äh das war die glocke normalerweise sind immer welche sind schon drauf da fragt vielleicht weißt du das vielleicht weißt du nicht aber ich frage die nummer maximal drei personen schon werden Ich bin gehackt. Komm nicht gehackt. Weg. Öh. Natürlich. Geh weg. Fass mich nicht. Äh. Wie viele Abos hat hier nen Joker? Acht. Acht meine ich. Also ich war noch ne sehr kleine YouTuber. Aber. Jolice. Komm her. Ähm. Ja. Muss ich gar nicht. Wie gesagt. Nur rum mal gucken. Weil eigentlich hab ich mir gesagt. Ich hab den. Nicht zu ihm geschickt. Nicht zu ihm. Niemand anders. Beziehungsweise mein Kanal. Noch geiler. Jo. Klingt aber nicht schließlich. Also die liegt zu deinem eigenen Kanal. Noch in Asia geht's nicht. Dann mach das Bum. Du Ckers mal nicht. Hab ich zu ihm gebraucht. Wurden wir uns das nicht? Wurden wir uns das nicht? Ich bin doch ametahmen gar nicht. Oh, seitdem ist es noch jemand. Oh! Einen kostenlos! Ganz genau. Und das ist irgendwie sehr viel. Du bist du dann. Aber du kannst ihn. J-König mal sehr viel nerven. was ich nicht weiß man muss nur ein bisschen aufhören, das zu tun ich meine, der Reiner ist sowieso nicht gut ich bin jetzt nicht von Dachon, Elben und weiter, ja? Ja, ich bin Gott, ich bin jetzt hier, weil ich nicht so lange mal den Chipkopf bekommen Ja, geht er Ja, verdammt sehr schön gewesen Was willst du machen, Alter? Geh weg und man kann nicht leiden Oh, Hallo! Dankeschön! Nein! Nervt nicht! Oh, komm! Ich bin so schön, nur öfter für dich außen rumgegangen Ich bin so schön, nur öfter für dich außen rumgegangen Ich hoffe, ich sterbe nicht Ja, jetzt bin ich tot Wie viele Abwürden Ja, 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 warte mal Ich könnte hier auf mein eigenes Video klicken Und ich könnte hier auf mein eigenes Video klicken Ich könnte hier einfach um die Kigis Äh, hä? Wie sieht ein... nein, ein Banner aus Siehen YouTube, also da steht D-Fat-YouTube drauf Mitig D-Fat-YouTube Also jetzt den Unterbanner gefunden haben Ja Mir stirbt keiner weg Pappenlos Boom Ja! Geh weg Nein! So kann meine Ultimplations Geh weg Nein! Nein! Äh... Ich muss schon nachplotzen hier Ich kann ja mal Ich kann ja mal So, warte mal Ich bin sofort wieder da So So Habe ich noch mal einen anderen reing... reingeschickt? Pfff Ja, nein! Ich brauche echt scheiß von dir Ich kann ja nicht noch reinkicken Das war nicht mehr Nägelchen Geh weg Dann kann ich leiden War nicht mehr Gäden Ähh... Geht nich Kannst du den UL.... Kannst du den UL... Kannst du den UL irgendwie kopieren... Kannst mir das für dich kopieren... weil das ist wie�� dich ein bisschen scharfen Was bin ich denn noch nicht kommen mehr vorliegt so alt um nicht am Handy das nicht da lange drauf drücken müssen doch eigentlich ein Buchstaben kopieren also das steht da drin Prozent eben was das immer alle das ist verlängert hat und muss alles verlängert und dann muss auch kopieren drücken komponiert ja natürlich wenn er dort nein ich habe das mit nein okay schaden dann weiß ich auch nicht man nicht mit dem ich wollte dann nicht verlieren ich probiere es am pc ja das da habe ich nicht richtig geil gefilmt hat jetzt nichts eine person überträgt nicht bekommen gar nicht nur die box weil gucken was drehen ist ja ich habe nicht einige der skin bekommen hier das kann der lösgut wieder dann die arbeitet das habe ich nichts außer vielleicht ein paar bilder also sicher nicht ne also erstmal ne und wirklich und kommt traurig ich will haben wir jetzt 11 14 ich stimme noch schon 14 minuten dann mache ich aus was soll ich mal spielen kannst du mir einfach mal reinschreiben was ich spielen soll wie lange kann man noch den soligen skin kommen kann an wie lange das event geht bin ich ganz ehrlich den soligen den hässlichen meinst du oder den hässlichen pulli skin bekommen oder jäti jagt jäti jagt jäti jagt ok jäti oder jäger bei jäti verliere ich bei jäger gewinne ich ich weiß nicht wie falsch geschrieben ich erzähle es auch niemanden nur die alle zuschauen ich finde noch falsch Was ist denn da? 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 Was? Was ist denn da? 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 ja für die blieb für die kürze wir haben wir die mit die gewonnen er hat er heute feierlich und nein ich kann nicht wünschen das hat viel fehlgebracht doch dann schön was soll ich jetzt spielen normal ja geht ihr habt ihr raus wenn du noch einmal wieder was falsch ist sagt dann rast dich aus dass nichts falsches sagen ja einfach nichts falsch ist dann wird alles gut ranket nein davon jetzt hier ich warte da bin ich sehr hoch eingestuft also die meistens verliert aber scheiß drauf mag gerne ich dachte jetzt gerade der punkt über den einem zirbalken wäre so ein trick auf meinen dinge auf meinen bäscher und hier was ist ja drüber Mh Ja Reaper, geil Uahhhh Komm, komm wir versuchen jetzt mal was Mit Hanzo So, ich glaub die Abonnenten, also die Aktiveren von mir wissen was ich die ganze Zeit versuche, immer mit Hanzo So, ich möchte da einfach was Legendäres schaffen Aber dafür brauch ich ein bisschen Zeit immer Mit Hanzo Ja okay, das geht klar Nee, ist nicht unser bestes Team verreckt? Ja Ich weiß nicht, ob du das kennst, welches Level bist du überhaupt? Fuck – 37 Das sind wir dann doch so, oder? – Ah ja, so 37 Aja Gitarren Gitarren сделали das ist mit japan versuchen wir das gleiche noch mal noch als egal geht es nicht natürlich normal machen aber warum wir es nicht auf die komplizierte art und weisen machen dass ein fremden erleben hier kommt es an das muss ich mir ok 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 ich habe den bekommen war eine hauptmission ich würde unbedingt verändern mit nur kind leon f was geht bei dir wir haben verloren ne ach ja stimmt dein ernst leon f du hast einfach nur leon fs und jetzt hast du leon f wie viel account möchtest du noch mal reinkommen fb 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 erst das war meine pcr kommt was so mit die ich bin mann fanatiker beim shooter games auf der switch kann man auch vielleicht reinkommen wie auch reinkommen wirklich nicht so viel ich brauch heilung wir haben es geschafft ich hab mich lauer gemacht ja egal youtube-account auf der switch also auf dem von mein freund oder auch jetzt auch meinen herr mit minik da komme ich jetzt gar nicht hinterher aber ich bin mal die wöse das um also katholien akka und vor mein freundet auf der switch aufrufen ab dem joker gefunden hat so leid das wird mir nicht Schatz mal auf Heilung, bist du nötig? Das muss sein! Hallo, guck mal, ich hab keine Waffe in Hand gehabt. Abonniert nur auf jeden Fall, ne? Also auf jeden Fall abonniert, den Joker und das ist sehr wichtig. Und lasst gerne auch jedem Abo da ein Like. Hab gemeint, dass ich ihn auch auf der Switch schauen kann. Achso, ja. Guck mal, jetzt gibt's hier Schadensboost und zack, 1, 2, 3. Beziehungsweise das habe ich gemacht, aber ja. Uf. Hallo, Uflachs. Äh, was soll ich jetzt spielen? Was soll ich jetzt spielen? Yeti Yacht und FFA-8 will ich nicht spielen. Und 3 vs. 3 ist raus. Was soll ich spielen? Würde? Ihr könnt euch, also könnt ihr die Schnellsuche, Arcade, Wrangless und so weiter aussuchen, ne? Ich wette mit euch, ihr habt ja ein bisschen Verzögerung, ne? Einfach Wrangless, ich sag's euch. Es ist wie Wrangless WM. Gut. Gong, 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 gong... Heißt schon, alle. Wir sind Tuf. Wenn ihr gleich mir anfordertet! 6 vs. 6 Maze. Es gibt doch FFA, ne? Wollt ich nur was ich gesagt haben? Ich hab Genji! Genji! Epp! Unsempathisch! Rauschen! Wollt ihr mal? Wollt ihr denn? Ich hab keinen rüst... Wollt ihr... Was kleines? Geil! Jetzt geht's euch Partyee! Hier in der Tatmier! Backe Backe Kuchen Backe Backe Kuchen 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 hallo du schaust das hier vertrauen in dir danke Harper Ulululul ooh Dugal kann ich schlagen nein oder warum bin ich weggezogen stelle und die Mordung und mit diesem Lied der Union überlegen müssen dann ist die tot die Kürze mit 3 4 das war die Kürze ja hat mein eisblock nicht gehabt ich habe sofort L1 getan da darf ich ffa 6 will 6 nehmen machen zu den heck nur ffa 6 will 6 Soll ich mir jetzt weiß ich was zu sagen, ich spiele es. Für Musik, ja? Bin ich ein toller Musiker? Schaut mal in die Kommentare, ob ich guter Musiker bin. Schreib mir in die Kommentare, ob du guter Musiker bist. Nein, bist du nicht, aber... Hä? Oh. Wir fangen einfach nur gerade einfach alle. Ja! Ich bin gleich wieder bei euch. Ich bin gleich wieder bei euch. Ich bin gleich wieder bei euch. Ach, ich bin gleich wieder bei euch. ich habe vergesst nicht, dass man fangen kann tut mir leid dass ich doch vielleicht bin ja, ich kann nichts gegen machen ja 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 die kommen die sehr schnell wieder hinter mir her hätte so einen Abstand oh nö, Abstand hätte ich nicht akzeptiert ein bisschen Schnee das ist für ein bisschen Schnee das ist für ein bisschen Schnee äh das ist für ein bisschen Munition das ist für ein bisschen Schnee hallo darf ich ja komm der hat auch echt lange gewartet ne ne das macht man noch nicht her das macht man noch nicht oh mein Gott verdammt kein Beschütz Zeit für ein bisschen Schnee gesteck und beide können wir nicht? kann ich dazu? NEIN äh äh HÄH HÄH ne ganz her nicht reicht so lange ok 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 oh man nein nein der Gegner ist es raus ja mann schiebt doch recht das ist so geil ich hab's gefeiert das ist schon wieder so richtig blittert ihr armreifen hängt in den anderen dinge drin das ist nicht lecker aber nein also fort und deswegen spielen wir nicht mehr und deswegen tue ich jetzt einmal uns noch mal dass alle angucken und zwar das war nämlich das scheiß drauf ich werde nur zeit drinnen lasst gerne ein like und abo da und schaut auf jeden fall gerne bei den händen bei den händenjogern vorbei link ist ja jetzt drin also wäre ja haut rein macht gut und wir sehen uns